Nur zwei Tage nach der Bluttat in einem Tanzlokal in Los Angeles County sind in Kalifornien erneut mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Tatort war die Stadt Half Moon Bay, etwa 50 Kilometer südlich von San Francisco. Ein Mann hatte in einem landwirtschaftlichen Betrieb und einem Transportunternehmen um sich geschossen. Der mutmaßliche Einzeltäter, ein 67-Jähriger, wurde festgenommen. Insgesamt kamen sieben Menschen ums Leben, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Untertitelung des ZDF, 2020